So, da sind wir wieder mit Call of Duty, oder da sind wir wieder zurück bei Call of Duty. Wir waren hier in dieser, ja, einer deutschen Basis oder so und mussten mehrere Sachen zerstören. Mehrere Panzerabwehrgeschütze und vier Generatoren, wenn ich noch in Erinnerung habe. Und hier kommen sie jetzt wieder von allen Seiten. Wow. Oder ist hier einer? Ah, Hilfe, hab ich mich jetzt erschrocken. So, der ist schon mal weg. Ah. Wow. Tja. Komm, zeig dich noch einmal. Ja, nix verlangt hier. Zeige dich. Ey. Och, Dreck. Wow. Da ist einer, den hab ich nicht gesehen vorhin. Zeige dich. Böser Mann. Komm, wir stürmen jetzt einfach vorne durch. Ja, schon falsch. Sie sind vom britischen SAS, sie sind keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Ich bin jetzt einfach mal ganz dreist hierher gegangen. Ja, nix flackieren. Ihr flackiert hier gar nix. Weder rechts noch links. Super. Das auch wieder geschafft. Tschüss. Geh weg. Kurzer Quick-Safe, dass wir hier genau wissen. Wow. Da unten sind welche. Weg. Oh, jetzt hört man hier, glaub ich, total das Flugzeug, was draußen her fliegt. Zweite und gute Kompanie sofort zum Fahrplatz. Der Feind hat die Garnison überrannt und zerstört die Transporter. Was für ein Transporter. Boah. Boah. Wir sind knapp am Ende. Vom Tod. Ja, meine Güte. Richt euch mal nicht so auf. Doch ich dachte, hier wäre einer. Ey, da ist einer, das hab ich gesehen. Dich da, dich hab ich gesehen. Genau dich. Britische SAS-Einheiten haben die Galsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Jo. Wir haben's verstanden. Wow. Wow, das war knapp. Alter, war das knapp. Quick-Safe. Hilfe. Britische SAS-Einheiten haben die Galsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Noch eine Etage. Ah. Ah, ne, hier sind wir. Oh, je, geschafft. Ich komm ja schon. Wow, das hat schon bei uns jetzt geklingelt. Von britischen SAS-Einheiten haben die Galsperre betreten. Wah, überall wollen sie uns holen. Erwischt. Wey, geschafft Hab vor allen Dingen niemals Angst Der Feind, der dich zum Rückzug zwingen will Hat genau in diesem Moment Angst vor dir Andrey Maurois Sajibu, das hat noch ein paar Ladungen Für seine Aufgabenreserve Boah, ist das hier ein ekeliges Wetter, Alter Geil, wo haben wir die neue Waffe her Oh, da kommen sie jetzt Oh, ich hasse das Tschüss Jo Na eben zur Stadtfahrzeug, Quick Save Tschüss Oh je, weiter geht Mist Ja Ja Meine Güte, was ist das hier Oh, Alter 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 Lad nach, du dricks Yeah Super Tschüss Jo Ja Ja Tschüss Co Auch 0 Nein と ge said Se es Sch Ja, ja, ja. Haha. Alter! Mein. Boah. Zu Fuß laufen ist unge- Ja, ne, doch ist gesund. Jo, tot sind wir. Na ja, klick safe. Hallo. Ja, komm, tötet mich die AQI. Boah. Ja, jetzt sterb ich wieder. Jo, war klar. War doch irgendwie klar. Deswegen lade ich jetzt auch nach. Aha. Wey, super. Ja, kein Leben mehr. War's das? So wohl ich auf einmal. Ja, super. Wow, das ist sehr gut. Wir haben es geschafft. Ich kann es kaum glauben. Ich auch nicht. So. Es ist besser auf den Füßen zu sterben als auf den Knien zu leben. Emiliano Zapata. Wow. So. Jo, jetzt müssen wir ein Flugzeug finden. Wir gehen zu diesem Bluthelten. So. Freunde. Ich muss jetzt hier einen Cut machen, da ich nicht mehr viel Zeit habe und gleich weg muss. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin ein bisschen Spaß wieder. Ein bisschen Aggression ist auch dabei. Das weiß ich auch. Das gehört bei Call of Duty irgendwie dazu. Dass man sich auch mal ein bisschen ärgert. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. .